Nummer 66 Wir haben gewonnen, Mann! Ein unerwartet schönes Geschenk für die ganze Familie. Nun, ganz leider. Bis Freitag. Dann bringen wir es zum Bauern. Einverstanden? Ulrich Mühe und Iris Bergen in einer tierisch rasanten Filmkomödie von Peter Timm. Moment, nicht in meinem Zimmer. Händschwein Rudi Rüssel. Und eine Menge Chaos. Papa, er pichert. Süß, ne? Das Perkel muss raus. Ihm haben sie parfümiert. Und ich stink wie ein Schwein. Was hast du für ein Parfum? Wieso? Das ist toll. Das hat so einen Stich. Du bleibst bei mir. Für immer und ewig. Das sind Rottenolben, glaube ich. Ja, ja. So? Nee, so. So ein Quatsch. Aus dem Weg. Was ist das? Das ist doch nicht nach Rudi. Diese Schweine sind Einbrecher vertrieben. Ganz brav. Der Drucktopf. Tobi! Oh, ja, ja, ja. So kochen wir immer. Wir essen dann direkt von der Wand. Grüne, lecker, Rudi. Rudi! Wo ist das? Das Schwein läuft wieder blitz. Was wird das denn? Hauptfutter für Rudi. Soll das Schwein mit den Urlaub? Ja, wir sind nur Hündl zugelassen. Nee, der kleine Schweinlein. Und ist so sauber. Rennschwein Rudi Rüssel. Er ist cool. Ja, Rudi hat sogar ein Farkenschwemmerzeugnis. Er ist frech. Kärpisch! Und er ist sehr, sehr schnell. Rennschwein Rudi Rüssel. Er kam, sah und quiekte.